Nicht nachladen, abballern. Ja ja, ja ja, in Besitz nehmen. So, sollen wir uns einfach... Ja komm, wir steigen einfach alle drei, deswegen gehen wir in meine Autopost schon. Da hinten, da hinten. Hey, ich mach mal auf, ich knack's mal, okay? Hey! Ich will kurz das da vorne nehmen. Hey, du hast dich überfahren. Was? Oh nein! Was hab ich? Du hast mich überfahren. Du hast dich überfahren. Ernsthaft? Ja. Tut mir leid, mir ist es witzender. Hier kommt der nächste, der mich überfahren will. Aber ich hab's nicht mal gemerkt, dass ich hier drüberfahren habe. Hab nicht gesehen. Ja. Tut mir leid. Das find ich auch scheiße. Man berührt einfach, dass das Auto hin und wenn er einfach überfahren ist. Ja ja, man berührt's ganz fein, so. Ui! Ah, ein kleines Schrammel, ich muss jetzt sterben. Was ist die Tante noch hier? Nee, ne? Was ist da? Ihr habt das Auto nicht in Besitz genommen. Das ist euch schon lustbar. Nee, noch nicht. Ja, ja. Ja, die hat mir eine Granade zugeschmissen. Was soll ich tun? Einfachen und lachen. Ich hab's geschafft. Ich bin zwar gestorben, aber ich hab's geschafft. Achso. Aber sie hat mich erst umgeballert, als ich fertig war. Okay, wie höflich von ihr. Hat sie noch Rücksicht genommen. Mein Spawn ist ja drumherr. Ah, es ist der Pac-Man. Moin. Ah, guten Tag. Oh, nein, die hat mich getötet, aber ich hab's geschafft. Grüezi. Grüezi und hallo. Sichern. Die Tante ist da rechts. Ja, ja. Links, geradeaus. Hinschen, hinten. Ja, egal. Ja, passt schon. YOLO. Wir fahren mich bitte nicht, ja? Oh, ja. Ja, pass auf, die ist noch re... Alles ignorieren, einfach fahren, einfach fahren, passt schon. Ich ne, wo, woher wir das Auto hinfahren, eigentlich? Hier vorne ist noch, denkst du. Wo ist die drin? C, 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 c. Ich lage aber das Auto ab, okay? Ganzhaft ist bei mir oben. Ich komme. Ja, jetzt läuft sie wieder hoch, so wie es aussieht. Noch ganz hoch. Jetzt läuft sie wieder hoch. Ich will schon, dass wir das Auto dann noch ab, ähm, weckbringen sollen. Ja, also los, heiter. Ja, mache ich ja gerade mal das Auto. Ach so, okay, ja. Ablegen, ja, ja. Das Auto ablegen. Alter, wie schnell die mich down macht. Hoffentlich exponiert das Auto nicht. Ja, holl ich. Und das erste Auto ist abgelegt. Okay, warte. Good work. Ablegen, ah ja, da ablegen, genau. Ach, da, aha. Hm, ach so, jetzt verstehe ich das Spiel. Wie höflich der Polizist einen, wie höflich der Polizist einen bitte ist rauszugehen und beim Krimineller zieht er einfach raus und schlägt ein paar meine Fresse. Haha, so muss, so muss. Also fahr auch mal mit dem Auto zum Dings, zum Ablegen. Okay. Ein Ablegen? Da steht Ablegen. Nein, nicht Auto, nehmen, eigene Spawnen und das dann nehmen. Wie schwer ist das denn? Hm, einsteigen bitte. Junge, steig ein. Äh, da, äh, Mr. Twistocker, oben, oben müssen wir noch ein Auto mit ihm besitzen. Dann steig ein. Oben, ach so, äh, du kannst ja hier auch die Trippe nehmen, aber YOLO. Nach hoch. Psch, Divo, Auto ist viel besser. Ah, wir haben nach vier Minuten für das Zeit, okay. Ah, easy going. Bitte steige jetzt aus, Junge, vorleihen. Vielen Dank. Da ist sie, Lays. Wir gehen zusammen rein. Ist sie eigentlich alleine in einem Zeitraum? Ja, ist sie. Ja, aber es hat eigentlich noch jemand anderes, aber der hat keinen Bock. Ist sie nicht tot? Ist sie tot? Nee, ne? Nee, nee. Da, 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 da im Treppenhaus. Oh, 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 oh. Ach so, eine Blonate? Yep. Oh, 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 oh. Vielleicht darfst du Feinde der Nähe sind. Ja, aber ich möchte... Also Feinde der Nähe, du kannst ja nicht spawnen, oh. Besitzt nicht. Herr Pegman, du kannst mich auch noch mal mitnehmen? Ja, 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 nicht gut. Hey, ich stehe hier mitten in der... Pampa. Sir, verlassen Sie bitte das, ihr Schrottauto. Danke. Ich stehe hier mitten in der Pampa und das einzige Auto, was ich finde, ist, ist total verbeult und verkratzt und durch Scheißhaufen gedreht. Oh, ich... Boris, geht von da hoch, von da, von der andere Treppe da. Oh, oh, oh. Und Sir und Mr. Swiss, okay, kommt sie mit mir. Hoffentlich überrascht mich jetzt, keiner muss das Auto. Geh ganz hoch, Boris. Dritter Stock, dritter Stock. Ja, bin ich. Ja, klar. Ja. Ist klar. Alter, wie schnell die Waffe eintötet. Ach, die ist dort? Mhm. Nee, die ist da. Wir müssen... Wir müssen von der Seite... Wir müssen von beider Seiten kommen, wenn wir die... Das sind zwei, das sind zwei. Ich hätte ja nicht gekillen können, aber... Ich guck mal, ob ich mich irgendwo auf dem Dach positionieren kann, um da die... Hier gibt's kein Drach in der Nähe. Sagst du. Ja, ja. Ich weiß es, Mr. Swiss, okay? Ich sehe hier einige Dächer. Aber wenn du meinst. Okay, wenn sie wollen, machen sie das, Mr. Swiss, okay. Wir müssen zu dritt rein, wir müssen an zu süd rein. Nee, wir müssen zu machen, wie ich gedacht habe, aber... Du denkst? Ich denke... Ja, ja, ja. YOLO! Die ist da oben! Okay. Ich... Boah, Alter! Ich habe so viel drauf geschossen. Boom! Sie ist ganz oben, Pac-Man, ist an der Etage höher. Ja, ja, ich weiß, ich bin tot. So. Ich warte mal auf euch, ne? Ja, genau. Geil. Wie lange haben wir noch Zeit? Zeig mal, Mr. Swiss. Eineinhalb Minuten. Das heißt, Gas geben, Leute. Gas geben. Ich probiere es mal alleine. Einfach alle gerade... Das du es nicht weißt. Glaub mir. Oh, jetzt bin sie geschehen. Sie... Es... Ich höre schon die Schüsse. Scheiße. Ich treffe mir da zwei Leute oben. Einmal eine Flinte und einmal diese Frau da. Okay. Sie wartet genau um die Ecke. Ja, genau. Genau. Aha. Bist du tot bist in Swiss-Zocker? Ja. Es ist eine Granate in die Fresse. Sie ist so oben, rechts. Sie hat eine Granate gefressen. Warte, warte, Bloplin, bitte bleib kurz hier und bewacht, dass sie nicht runterkommt und ich gehe von oben nach unten. Spieler mit maximalem schlechten Ruf. Okay, warte kurz, Mr. Bloplin, warte kurz. Bleib dort. Ja, ich bleib dort. Ich bleib dort. Oh, sie ist bei mir oben. Komm hoch, komm hoch. Oh, fuck, Mann. Irgendwas von überall. Boah. Ich kann nicht mal mit der Waffe sehen. Schon hat sie mich erledigt. Wo sind die? Immer noch da? Die ist, ja, die ist immer noch dort. Bloplin, verstehst du die Taktik, die ich meine? Ja, ich bin auch hochgelaufen, nur. Die hat mich schon bei viel zuvor, das tut was. Ähm, Mr. Swiss-Zocker, welcher Stock bist du? Zweiter? Hier. Direkt erster. So sind alle auf die Taktik, alle. Warte, warte, warte. Warte, Mr. Swiss-Zocker, warte, warte, warte. Wir haben sie, wir haben sie beide. Ja, aber bring doch eine. Die hat eine Flinte, die hat eine Flinte. Scheiß. Scheiß, weg, dumme, flamme. Oh je, wie ne. Schade. Oh je, sie müssen wir einschaffen. Ja, wenn wir jetzt... Ich bin irgendwo ein Auto, äh, spawnen und runterjumpen, das wäre nice. Kein Bock, hier alles runterzufahren. Ich schlaufe mal mit uns. Ich bin in ein Auto. Jo. Sehr, wollen sie mir... Ja, kannst du Autosurfing betreiben? Nein. Oh, ich auch nicht. Mach du es einfach, mach du es einfach. Ganz langsam fahren, ganz langsam. Ey, das wird nichts. Weißt du was, ich spring einfach runter, YOLO. Ja, bist jetzt ausgestiegen. Ja, der Typ ist ein Genie. Du bist ein Genie, amigo. Ich kann nicht mal runterspringen, weil die Mauer zu hoch ist. Doch, du kannst. Wie? Guck, ich habe es doch auch geschafft. Hier rauf. Ach, genau. Wir sind so tief gesunken, wie es überhaupt noch ging. Ja, der Typ ist hier ganz ruhig gesprungen, hat es überlebt. LOL. Wir sind wieder gespawnt und es lädt nicht. Jack or Remo. Sag mal, du. Moment. Kann ich mit dir reden? Okay, dann reden wir. Ja, ich laufe. So, warte geht's. Ich bin wieder da. Ich habe laufe einen Backflip gemacht. Wie sind Sie sicher? Ich brauche ein Auto. Ja. Da geht es zum Parkplatz. Oh, da. Das ist ein riesiges P und ich sehe es nicht. Ja, ich muss erst mal mein Auto nochmal wenden. Das ist eine Dufte. Dufte. Das war das Geil. Dufte. Wo kann ich bloß nicht? Renn mir vor das Auto, Mann. Andere Seite. Tsch, ey, fahr einfach. Ich will hinten sitzen, so. Okay, erste Mission oder Problem? Nein, vielleicht habe ich mal Kato. Ja, aber irgendwie gescheit. Hätte was. Wäre das Gute. Du schießt in immer ein Auto rein. 30er Zone, braucht keiner. Pack was Gegner. Boom. Da schießt nicht deine ganze Moni. Und das ist alter Wies. Wie es einfach nur leckt. Oh, einsammel. Recht. Da kannst du reinfallen in den Zaun. Ich glaube, das müssen wir einsammeln. Ja, da. Bei Dings. Warte. Ja, geht auch. Und so am besten den Koffer anformen, Mist, das ist Zocker. Ist ja ein Handy. Ach so, ein Handy, okay. Ja, dann. Jetzt stecke ich, bin ich vorne, genau. Äh, sind eigentlich schon Gegner. Da, 10. 100 Meter. Gibt es eigentlich schon Gegner? Nope. Kann man auch von mir, was so bleiben. Ja, aber kein Geld. Hat für Klinge auch kein Geld, glaube ich. Ja. Ja, eigentlich muss ich nur zu gehen, aber... Ja, aber... Er muss auch nicht unbedingt in eine Wand fahren. Ja, komm. Ähm... Oh, das wird schwer. Oh, da ist der Gegner. Nein. Und ich hab's abgegeben. Hat er für null. Was hat er abgeschlossen? Nee, du hast es immer noch dabei. Cool, jetzt sind wir zu viert, komm. Hop rein. Fallen Angels. Hat die Familie ist drin? Ablegen. Da hinten müssen wir es ablegen. Du hast das Zeug nämlich immer noch dabei. Hä? Hab's abgelegt? Schiffst du dich nicht? Nee, du hast... Ich hab's abgelegt. Okay, aber okay. Das gegen der Weiß gegen sie vor. Was haben sie dazu zu sagen? Da. Haia. Ich bin Ninja. Das ist die schwerste Mission überhaupt bis jetzt. Ja, Ultra. So, guck. Ich leg's jetzt ab. Abgelegt. Das hier immer noch. Ja, ich bin noch dabei. Ich bin mit. Ablegen. Jetzt müssen wir es nochmal ablegen. Oh, hop rein. Wir haben Gegner. Oh, drei Goldene. Uh. Autsch. Das ist der Typ, der mit uns hier im Auto sitzt. Der ist auch golden, aber scheiße golden. Ich bin aber scheiß golden. Oh, das wird wehtun. Das wird wehtun. Nein. Raus, los. Sie kommen schon, da kommen sie schon. Ich leg's ab, ich leg's ab, ich leg's ab. Ich hab's abgelegt. Sind die gleichen wie vorhin. Ich hab's abgelegt. Dann leg sie weg hier. Steig ein. Wir müssen wieder einsammeln. Ja, steig ein. Fahr, 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 fahr. Ja. Pfeifer weg, die hat eine Granate in der Hand. Pass auf, pass auf, die hat eine Granate. Ja, wäh, wach der. Ich hab's dir gesagt. Ich hab' den nicht gesehen. Aber der hat mich nicht mehr mit der Sasser. Ey, hat eine Granate in der Hand doch plötzlich so eine Idee weg. Den hab' ich nicht gesehen. Der mich auf den, den Typen konzentriert, da hinter uns auf uns geballert hat. Soll ich das eigentlich, äh, damit, oder wie? Das ist jemanden, der das einsammeln kann. Täääääääääääää. Das ist kein Gold mit vor mir. Hm, lecker. Also kann ich gar nicht durchfahren, okay. Ich könnte auch in meinem geilen Auto spawnen. Ja? Das ist nur eine von euch. Ich möchte. Ouh, dann muss ich ihn gegner.. Ah komm, die scheiß Nubes. Was schießt ihr Granaten? Geht's euch noch? Wollt ihr... Wollt ihr Erg mit dem Pack... Der One Less hat... Der hat... Ah, er hat schon. Oh je, das ist die scheiß Nubes. Wir fahren sie. Wir können sie auch büten. Und dann das... Ach, ihr seid oben. Das könnte noch witzig werden. Ciao, blablö. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. 500 Meter fahren. Passt schon. Ablegen. Das doof ist, wenn mich jetzt einer sieht, mich nicht tot, weil ich hab keine Deckung. Ja, denkst du ich? Jetzt hab ich wieder Deckung. Ich laufe mir auch 500 Meter. Mein Powerwalking für heute. Ja, ja, 500 Meter fahren und mein Auto ist so langsam, dass sind wir morgen auch dran mitfahren. Ey, Blobler, ich könnte dich jetzt abschießen. Du wirst mich nicht sehen. Ja, dann viel Spaß. Ja, du bist so kaputt auf dem Balkon. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Ne, vollständig, was ihr da macht. Boah, alter! Oh, immer werd ich beleidigt. Nämlich mit. Nein. Du kannst dein eigenes Auto konfiszieren. Ja komm, stell dich vor mich. Stehen bleiben, Sir. Ma'am. Sie sind gefeuert. Sir. Ma'am. Aussteigen. Alter, hat die nen riesen Ausschnitt. Wau, guten Flug wünsch ich. Boah, das sind alle. Das sind alle. Hast du was anderes erwartet, ganz im Ernst? Ja, ich weiß ja nicht. Ich hab ja auch... Ich hab ja auch... Ich hab ja auch... Ich hab ja auch bei der Falling. Mit Zucker... Schleckereien. Ja. Okay. Aber mit viel Zucker. Ich bin so dumm, ne? Nein. Scheiße, die haben's, die haben's. Die können sie nicht nehmen, für... Toh, toh. Ich bin so dumm, ne? Ich hätte ihn überfahren können, aber weil ich dachte, es ist ein Zivilist, dachte ich mir, fahr ich drum rum, bis ich sehe, der ist ja rot. Ah, der da am Rand steht, oder wie? Mhm. Ja, jetzt bewegt er sich. Jetzt muss ich drauf schiessen. Ja, hat er bei mir auch gemacht. Ernsthaft, der hat er... Okay, okay. 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 Granate! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab's. Ich hab's. Komm hier, ablegen, ablegen. Granate! Oh, blablabla ist gestorben. Das liegt aber genau davor. Fuuuuh! Wie viel? Ja, klar, Granatenwerfer. Ich denke, dass da ein Auto dort steht. Ja, vielen Dank. Für das Auto. Kein Problem heute, Maid. Komm. Ich hab's. Granate, Mama. Ich hab's. Banaten sind gesund. Frühstück, Aua. Frühstücksgranaten! Dann packt man! Au! Hey! Hey! Packt man. Ja, ein Typ, der nicht treffen kann. Ein Typ, der nicht treffen kann und dann uns beiden killen. Boom! Ja, ist klar. Ist klar, einer läuft durch die Granate, BOOM! Läuft weiter. Hune Granate, gleich mal aufessen. Hune Granate, ich laufe auch ein bisschen drum herum. Mh lecker. Mh lecker schmecker. Lecker Frühstück. Sniper kannst du nicht mein Lieber, nein nein, Sniper kannst du nicht. Ja genau, Aim-Bot jetzt oder was los. Ich komm jetzt von hinten. Ich geh in den Kreis, ich bin im Kreis. Ja die sind da vorne, pass auf du bist jetzt sowieso. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. LOL, die müssen sich ja schämen. Ups, Eggman ich hab dein Auto gekillt. Tut mir leid. Äh, was müssen wir jetzt tun? Pick up. Ja, pick up, wir müssen das abholen wieder. Ok, abpicken. Willst du es locker? Ich hab, ich hol mein eigenes Auto. Ok. Eggman ich spawn in deinem Auto. Ok. Dann haut rein. Ich fahr, ich fahr dir hinterher. Zivilist, ja. Alter, die Zivilisten, ne. Ich, ich, ich fahr auf einen zu. Ich will hupen, dass er auf die Seite geht. Was macht der? Er kniet sich hin. Drei. Und das ist gerade Schwank. Unsere Officer. Entschuldigung. Johnny.